Leute, wir sind auf dem Weg ins Museum, in Zürich, Bilder angucken von irgendwelchen Personen, die wir nie kennen werden. Die sind nämlich alle in der Hölle. Immer sind Himmel komplett. Ah ja, und geht auf Epinefrin.iv. Stütze die besten Künstler von der Schweiz auf YouTube. Epinefrin.iv. Ich sage es extra laut, nur damit die Leute hier im Tram hören, dass Epinefrin.iv auf YouTube ein Channel hat, wo ganz viele lustige Videos sind. Epinefrin.iv. So, jetzt gehen wir raus zum berühmten Zentral, wo ein berühmtes Café ist, nämlich das sogenannte Starbucks-Café. So, wir suchen jetzt den Herr Donau. Er hat immer Hound im Hosen, einfach viel zu weit oben. Und er redet so komisch. Fragen wir ihn mal, wer der Führer ist. Filme mich! Wie haben wir den Führer? Was? Der Führer? Ich bin der Führer. Na ja, also gut, wir sind jetzt hier. Museum. Im Museum, also vor dem Museum. Vor dem Kunsthaus in Bern. In Bern. Ja, ich habe das unheimliche, das unheimliche Verlangen, auf diese Figur draufzuklettern. Aber, ja, ich kann nicht. Wir haben nämlich die Hosen zu weit unten. So, jetzt sind wir hier beim Eingang, jetzt sind wir im Kunsthaus. Wir dürfen eigentlich nicht filmen, aber scheiße, komm, wir sind cool, wir sind Jungen, wir sind Musik. So. Und der Herr Donau kauft uns immer noch ab, dass der Filmer, der Kameramann Daniel heißt. Wir sind gerade erwischt worden, wie ich mit einem Rucksack ins Kunsthaus versuch. Wollt. Unser zweiter Versuch reinzugehen und diesmal mit einer Tüte vom Kunsthaus züge. Also gut, wir haben gerade die Gruppe von Herr Donau verloren. Wir haben gerade die Gruppe von Herr Donau verloren. Und ich bin jetzt Geheimagent, weil hier ist so Gerriton-mäßig. Arrivedo, komm, Herr Füßle. Eine Treppe, wo wir uns hinsetzen müssen und auch Herr Donau wurde einen sehr schönen Arsch erraten. Das ist eindeutig eine nackte Person, die mit einem Sefkorn am Campen ist. Hö, ich bin ein Mann auf einem Stuhl. Hö, ich habe coole Lippen und ein Bart. Ein Auge ist größer als das andere. Ich bin so eine Missgeburt. Also es gab schon damals Tranzen. Und jetzt ist hier eine Mischung. Der Unterricht da drüben ist viel spannender gestaltet als der hier. Der Mono, die Zwillingsbrüder. Und hier sehen Sie den Zell-Lohen, gleich nach dem Solardiumbesuch. Und das hier ist, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob das männlich oder weiblich ist. Es ist nicht so ein Töpitzkinder geworden, als er das dann ein Billion-E-Tage bestellt hat. Wir haben die andere Gruppe nicht gesehen, auf die habe ich mich so gefreut. Ich bin der Führer. Ich bin der Führer.